Zuverlässig, pünktlich, umweltbewusst. Das ist die Unternehmensmaxime der Firma Erdbau, Erdbewegungen, Transporte von Christian Leifert aus Maria Saal. Der Kärntenbetrieb führt Erdarbeiten aller Art wie Kanal, Wiege und Tiefbauten, Kelleraushebungen und Steinschlichtungen mit einem Höchstmaß an technischem Know-how durch. Auch das Verladen oder der Transport von Baucontainern und Baugeräten sowie diverse Kranarbeiten mit Schalen und Holzkreifern, Palettengabeln oder Personenkorb werden durchgeführt und zwar mit äußerster Rücksichtnahme auf Natur und Umwelt. Darüber hinaus bietet Christian Leifert seinen Partnern ein umfassendes Sortiment an Leihmaschinen. Machen Sie es zahlreichen zufriedenen Kunden aus ganz Kärnten nach und vertrauen Sie alle Erd-, Transport- und Aushubarbeiten den Professionisten der Firma Erdbau, Erdbewegungen, Transporte Leifert an. Darauf können Sie mit Sicherheit bauen. Weitere Infos gibt's unter www.erdbau-transporte.at Bis zum nächsten Mal.